Bingen am Rhein Hell, modern und mit neuster Technik ausgestattet. Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Räumlichkeiten, je nach Gruppengröße und Anforderung. Entwickeln Sie Konzepte an Tischen, an denen früher über Krieg und Frieden verhandelt wurde. Halten Sie Ihre Konferenz in inspirierender Kulisse ab. Ob fokussiert in kleiner Runde oder mit einem großen Publikum. Damit Ihre Teilnehmer sich wohlfühlen, verwöhnt sie Küchenchef Till Gerwinath mit seinen ausgezeichneten Kreationen. All das natürlich in geschmackvollem Flair, das für das Gewisse etwas sorgt. Die mittelalterliche Höhenburg bietet genügend Raum für ein zusätzliches Rahmenprogramm. Von der Burgführung über das hauseigene Museum bis hin zu Weinproben. Zur anschließenden Erholung bieten unsere 21 Zimmer jede Menge Komfort. Authentisch, mit Reinblick und zugleich zeitgemäß. Mit vielerlei Annehmlichkeiten laden Sie zum Träumen ein. Machen Sie Ihre Firmenveranstaltung zu einem produktiven Highlight. Erleben Sie die Schönheit des oberen Mittelrheintals und stärken Sie den Zusammenhalt Ihres Teams. Wir freuen uns auf Sie. Burg Reichenstein – Ihr Gastgeber am Rhein Glockenberg 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 Glockenberg